Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, in der letzten Folge haben wir dieses monströse Etwas gebaut, was jetzt für uns Obsidian und alles verarbeiten soll. So, jetzt will ich dafür, ich weiß, dass ich mit einem Obsidian, warte mal, da muss ich jetzt umschalten, glaube ich, aber in den Produziermodus, ein Obs, ah, das geht nicht, ein Obsidian, nein, warum macht er das schon wieder, nein, macht 4 Dust für seine Berechnung. So, dann gehen wir hier oben drauf, gehen aufs Interface, sagen wir, hey, schau, du kannst jetzt das hier machen. Und dann schauen wir, was er da drauf sagt, wenn ich ihm, ihm jetzt sage, hey, produzier mal bitte 20. Irgendwie passiert hier nichts. Steck mir mal das kurz ab. So, jetzt muss ich das machen. wir sehen ja gleich was passiert wenn ich das jetzt hier abbau das ist einfach reingeschmissen der idiot man sehr höchstens so machen dass man sagt und geht hier erst mal runter ich mache hier eine chest hin, mache dann hier den anschluss, den me interface, ich brauche den import bus dann brauche ich noch ein paar hopper, aber ich glaube die muss ich erst bauen reichen drei? ich glaube eher weniger weil ich muss ja von hier nach hier ich brauche noch ein hopper, shit schnell einfach, ich brauche noch ein hopperchen so, okay, ist das jetzt ein bisschen overkomplex, denke ich, aber scheiß drauf crafter 10, next, start warum passiert hier nix? muss ich die konfigurieren? aber da kann er damit einfach nicht umgehen ist da noch crafting auftrag drin oder habe ich mittlerweile mal die maschinen überfordert? verzichte plan cancel auftrag, cancel auftrag warum kriegt das denn nicht hin? der muss doch bloß ein obsidian rein tun set konfiguration input auft desabled 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 ah nee, warte mal, back is input, top is nix so, was ist, wenn ich jetzt mir einfach ein bisschen obsidian nehme? ich habe mir ein bisschen was ich habe mir ein bisschen was hä? so, okay, ich brauche noch ein bisschen obsidian, ich gebe mir mal alles ich habe mir jetzt nicht über die obsidian, aber ich habe mir jetzt nicht über die obsidian, aber ich habe mir jetzt nicht über die obsidian, aber es verschwindet irgendwohin zurück ins system warum warum do not push crafting items if inventory contains items aber wenn ich ihm jetzt sage, hier schau an bitte produzieren wir 20 von dem next da sind jetzt 5 drin aber warum denn nur 5 zum beispiel das eigentlich sollte der das besser machen können ich gebe mir jetzt alles wieder wir schauen uns jetzt vorne bei der cpu an, ob die fertig werden oder ob da irgendein bug ist ich glaube ja, dass da ein bug ist irgendwo die soll 20 herstellen pulverest obsidian crafting 20 sagt er ok stimmt, dann müsste bei 20 bei 4 rauskommen sind es 5 das würde passen aber warum nimmt das interface zum Beispiel nur das eine jetzt nicht die andere 20 das passt gut, dann muss ich das nur wieder anbringen das ist import bus acceleration card kriegst du dann sollte die cpu ja fertig sein, oder? gut was ist wenn ich mal nur ich gebe 400 ein dann gebe ich Quads Quads ein 400 und dann noch 200 davon sollten die alle was zu tun der ist fertig, what? nimmt nimmt er denn jetzt die her? oder nicht? der läuft, der macht der macht nix der macht obsidian aber vielleicht nimmt er da auch nur die sozusagen für jeden einen her für jeden auftrag das kann natürlich auch sein dass er für jeden auftrag nur ein ding her nimmt weil ich will auch ein vierer so ein ofen kombi ding machen das wäre noch so ein weiteres ziel damit ich eisen produzieren kann und alles so jetzt halt würde ich gerne ein crafting rezept hier rein tun 12 energy dann nehmen wir das einmal mit hier die gold weight golden plate light muss er natürlich auch wissen wie er es machen soll und dann brauchen wir noch die speed upgrade speed speed speedy speed upgrade das geht zum rück relativ easy das kriegt die von mir was ist wenn ich jetzt hier hingehe sage ich alles was zu craften ist wo sind denn die upgrades? hier energies 128 brauche ich aber ins gesamt für 264 next start dann brauche ich zwei speed upgrade 128 wieder mal next jetzt sagt er der pressure weight heavy ist fehlend ok habe ich die plate vergessen ihm einzugeben tschuldigung 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 so und jetzt werde ich nochmal blöde dieses speed upgrade 128 hubsala start so dann schauen wir uns mal an was der jetzt gerade macht der zieht durch auf was muss der warten? der muss warten bis quads gecrushed wird dadurch dass leeren prozessoren gerade besetzt sind hier wird quads gemacht hier werden die gemacht steckt fest warum steckt der fest vielleicht ist direkt absaugen dann gar nicht mal so eine doofe sache teilweise der nimmt es der gibt es gar nicht ab wir machen alles wieder blau weil bei den anderen scheint es zu funktionieren genau dann war es einfach eine dummheit in dem fall dass er das nicht abnimmt gut dann sollte das jetzt auch wieder klappen jetzt sollte das jetzt mal essen damit das wieder hier läuft wahrscheinlich die energy upgrades sind schon die speed upgrades sind schon fertig jetzt fehlen nur noch die energy upgrades aber da habe ich schon fast die hälfte dann kann die einen schon mal noch ein bisschen mehr speed geben ich habe einfach upgrade jetzt schauen wir mal 64 und 64 hier steht 7,5 auf was warten denn die auf obsidian und auf obsidian und äh crushdings ist hier irgendein problem im system gerade schon wieder oder weil er die langsam nimmt dann setze ich ihm das mal hier drüben ein zack 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 so muss das verarbeitet werden dann wird das wahrscheinlich das einzige gewesen sein auf was das ding noch wartet schau mal kommen wir nicht durch Schaut aus dort Crafting tut er noch ein paar angeblich irgendwie haben sich die aufgehen kann es sein er sagt auch er craftet noch die uhr steht aber die uhr steht aber ich habe hier noch ein paar speed upgrades bekommen mal energy upgrades oder hat er jetzt wieder was sozusagen in auftrag geben gibt er wieder einzelnen auftrag oder sowas in der art der ist auch fertig irgendwo ein update problem das ist eine gute frage irgendwas passt hier nicht soll ich vielleicht einfach ein paar import basis nehmen vielleicht am ende schlauer ne wenn ich die basis direkt dran baue import wenn man dann natürlich keinen mehr hat okay ich finde aber auch keinen mehr ah vielleicht hätte ich die umschalten ne m e import was so dicke dinge vier stück brauche ich so 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 also so 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 es ist Die Infos sind auch von da unten rein theoretisch direkt rein. Dann könnte ich das aber auch nicht schlau geschlupfen. Können wir das hier unten wieder abbauen, warte mal, das ist doch viel schlauer. Schauen wir mal, ob das funktioniert jetzt dann. Dann sage ich ihm, schau her, Output, Output nur Top, Output ist nur Top und Top schalte ich sonst für das da auch. Ich glaube nicht irgendwie, dass der aus Versehen den hier oben verwendet hat für Input. Back Disabled, bei dir auch, Top Disabled, dich hier Back Disabled. Auch wieder Front, äh, Top, Output, Input ist Top Disabled, hier ist Back Enabled. Mal kurz gucken, ob ich sie auch richtig gemacht habe. Bei dir ist Top Enabled, ist gut. Und dann bei dir auch wieder Top, ok. Also rein theoretisch, wenn ich ihm jetzt hier sage, hey, Croft mir doch bitte. Typische, Opsen wieder, was typische. Fängt der direkt an. Jetzt nehmen wir noch ein paar Acceleration Cards. Schauen wir mal, ob wir noch ein paar bauen können, wenigstens. Acceleration Cards. Von denen keine mehr. Soll ich mir Calculation Cards immer in Auftrag geben. Calculation Cards, 20 Stück, statt durch. Die macht jetzt schon hier durch. Ah, das ist jetzt alles ganz anderes wieder. Schauen wir mal, zack. Hm, wie schaut's aus? Bringt das die Sachen zu Ende? Crafting, sagt er hier Ferdi. Er kriegt die irgendwie nicht mehr ins System rein. Also die hat er eingetragen eigentlich. Die sind alle eigentlich drin, aber irgendwie doch nicht. Hier sagt er, da ist er noch beim Crafting. Also muss ich es doch umbauen, ja super. Boah, für jede Maschine wieder eine aufgeholt was. Finde ich toll. Na gut Leute, aber das war ein Versuch wert. Ich habe euch gefallen. Wenn ihr alle so einen Daumen nach oben da abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Ciao. ARD Text im Auftrag von Funk